Müsst ihr jetzt eigentlich auf der Seite der Ochsen langsam rauskommen, oder? Ja. So. Oh Gott, was hat die denn für eine Hose an? Das sehe ich ja jetzt erst. Okay. So. Und dann geht's weiter. Oh, guck mal, hier ist eine. Hätten wir auch vorher nutzen können. Oh Gott. So. Ich glaube, wir werden mal einen von diesen Reisesteinen dann gleich opfern. Und dann einfach mal gucken. Oder gucken wir uns Havel an. Ich glaube, ich habe keine Lust, da hinzulaufen. A Hackerhorn. Okay, interessant. Was ist das? Silbererz. Okay. Kupfererz. I am attentive and loyal and prefer to remain by your side. In battle? So, dann sind wir jetzt auch fast da. Hat ja auch nur ein kleines bisschen gedauert. Oh, Truhe. Jo, mach mal. Hackfleischrobarans. Monsterzahn. Monsterzahn. Monsterfell. Monsterzahn. Nice. Kommen da so ein paar Grashöfer in das Bild reingejumpt. So. Und der hockt da immer noch in seinem Händler-Boost. Okay. Okay. might as well take a look while you're here, eh? Okay. Ich werde die dicht. Okay. Okay. Uh... ist das hier Morris ja also ja hat er recht kein problem ja 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 Oh, cool. Bischofskrumpse. 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 strahlen Okay Wow Okay Aufträge Ein neuer Bogen So Ich will mal jetzt wirklich Wir testen mal einen Reisestein Weil wir wollten nämlich in das Dorf Hava Hava Und ich bin gespannt Yo Und ne Achievement bekommen Cool Cool Das ist die Teleportation hier Und dann kann man zu solchen Kristallen reisen Ja Nice Dann können wir jetzt hier die Quest beenden Weil angeblich soll Hava uns willkommen heißen im neuen Glanz Das ist Ah, das hat anscheinend nix gebracht. Ah, das hat anscheinend. So, wo geht denn das hin? Oh, ganz nach da oben, okay. Okay, hier hoch. Also rechts, links. Dann der Straße hier folgen. Können wir ja mal machen. Aber das ist echt ne Rennerei. Boah, das habe ich auch schon an mehreren Stellen gelesen, dass... ...dass in dem Spiel irgendwie gefühlt alle zwei Meter ein Gegner auftaucht. ...und ja. Oh, nice. Oh. 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 Ich bin hier. 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 Diese Beasts haben eine Fähre. Die Dogenze müssen, die alle anderen und alle anderen, die behaupten. Diese Einheit macht uns zu uns. Das ist ein einzigartig. Das macht uns zu uns. Aber nicht wirklich leichter zu schützen. Ich werde dich schützen. Gehen wo du geholfen hast. Du wirst dich zu entfernen. Und bald. Oh Gott. Der hat einfach K-Roy gefahren. Oh Gott. Wenn du nicht die Reaktion hast. Keine Halt mehr. Ich habe nicht die Hände. Oh Gott. Oh Gott. Fokus. Ein Moment der Indizierung. Ich war nicht die Hände. Oh Gott. Oh Gott. Wird mich das machen. Oh Gott. 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 Und du ist zu spät. Oh Gott. Wo ist er hin? Oh. Oh. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Huh. Ah. Die. 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 Strike hard enough. We might not have to do this twice. Strike fast and true and our quarry shall fall. Violin. Stay with me, Eryzun. What's right there? Wow. Ja, genau. Na komm, töte dich. So, Gegenstände. So, weiter geht's. Ich hoffe, da ist jetzt nicht noch wieder ein Minotauros. Da drauf hätte ich nämlich überhaupt keine Lust. Spawn die Goldkäfer immer wieder neu. Okay. 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 the we'll never get anymore before we do is rest it is enough to make camp only one than Okay, dann laufen wir weiter. So, kommt jetzt hier was runtergesprungen oder hält sich das in Grenzen? Wow, der ist richtig geil weggefetzt. Ja, und mit dem Zahnsteuer mache ich ordentlich Schaden, du. Oh, was ist das? An die Schurken, die denken, es sei witzig, lokale Bauwerke zu zerstören. Denkt auch mal an die armen Seen, die den Schaden reparieren müssen. Es dauert Tage. Jawohl, genug ist genug. Okay. Yo. Oh. My curative magics are at your disposal. Wait right there. Oh. Oh. Der sieht nice aus. Nee, brauche ich nicht. Oh. Oh. Vergiftung. Okay. 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 Oh. Hey. Hehe. Also zu dem Drachen da drüben laufen wir jetzt nicht. Hehe. Oh Stufe 18. Nice. Oh. Oh. Okay. Ja das sieht so geil aus. Okay. Also. Ich hab ne ganz dumme Idee. Vielleicht ist er ja noch da. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Mal gucken wie schlecht wir gegen ein Drachen kämpfen können. Oh oh. Oh. Okay. Das ging sehr schnell. Das war's. Hooh. Oh. sog. erym Ja. 만 So what? We have no means of exploiting our enemy's weakness. One of us has been doused in time. My curative magics are at your disposal. Wait a minute. The paths to victory are myriad. That's what you've never been heard of. So what? I'm Lucifer. Okay, also den kriegen wir nicht down. Dann rennen wir weg. Ich will nicht gegen dich kämpfen. One of us has been doused in slime. Oh Gott, oh Gott. I'm saved. Thank you, Arisen. My curative magics are at your disposal. Wait a minute. No. Die sind ein bisschen zu hardcore. Cool. Ja. Ja. Also echt gut, dass ich da erfolgreich weggekommen bin, aber uff. Der hat ja Instant-Schaden reingezabbert. Oh. Oh. Okay. Ugh. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020